Dieses Wort beschreibt einen Zustand, in dem die Situation als aussichtslos empfunden wird und ein Gefühl des Aufgebens besteht. Der Begriff wurde ursprünglich im militärischen Kontext verwendet. Offener Defetismus wird in manchen Ländern insbesondere in Kriegszeiten unter Strafe gestellt, da er die Truppenmoral untergraben kann. Heutzutage wird der Ausdruck auch außerhalb des Militärs verwendet und bezieht sich in erster Linie auf eine pessimistische Einstellung und Resignation in Bezug auf die gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Lage. Der Begriff wurde während des Ersten Weltkriegs in Frankreich als Defetisme geprägt und kurz darauf ins Deutsche übernommen. Es ist der Defetismus, Defetismus, Defetismus.